Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play The Sims 4 Demo, und zwar haben wir jetzt den lieben Heiko erstellt, hier mal in groß, ich weiß, ich war jetzt optimierungsfähig, aber wir sollten ihn vielleicht auch in einem anderen Outfit betrachten, in seinem Tagesoutfit, den lieben Heiko. So, den lieben Heiko, ist noch optimierungsfähig, aber jetzt gucken wir mal, ähm, na, Genetik-Experiment, what, was ist das? Oh, nee, 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 achso, erstelle sein Geschwister, heilige Mutter Maria, brr, nee, nee, Heikas Bruder bin ich noch nicht, ja, warte, ich stelle schnell mich, so, fertig, danke fürs Zuschauen, so. Oh, heilige Mutter Maria, nee, komm, weh mir was anderes, weh mir was anderes, oh Gott, darf ich mit dem Fork fertigen, na, egal. So, ja, nicht ganz, vielleicht so ungefähr, ah, Beziehung bearbeiten, mit Heiko, Mitbewohner, Bruder, eh, Mann, heilige Scheiße. Oh, komm. Also ungefähr kommt, glaube ich, hin. Wir machen aber wieder am Schluss meinen Gang, ähm, ich glaube, ich habe dann einfach den Gang. Hm, aber ich glaube, eigentlich relativ fröhlich durchs Leben, na, so extrem vielleicht nicht. Aber schon, ah, doch, ja, okay, wie ein Babo halt auch nicht. Ah, doch, ich glaube, das ist schon was, finde ich gar nicht, ich glaube, das passt. Ich bin zwar nicht immer fröhlich, aber größtenteils doch, kann man ruhig sagen. So, ich zahle mal nochmal schnell auf mein Handy, guck mir, ist doch ein bisschen leid. So, einen Moment, einen Moment, einen Moment. Zack, 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 so. Sich selber zu beschreiben ist ja wirklich, ähm, also selber zu erstellen ist ja wirklich immer eigentlich schwer zu erstellen. Ähm, boah. Also, ich bin schon relativ braun, so ungefähr, ah, nicht ganz, nee. Ja, ich bin schon ein bisschen braun, aber jetzt so extrem auch nicht. Ja, ich glaube, das kommt, in den Armen bin ich halt schon echt braun. Aber na, egal, das hat noch später Zeit. Ähm, können wir mal kurz die Klamotten weglassen, mal gucken. Ja, so ungefähr. Nein, aber, ähm, heilige Scheiße. Wir müssen mal so eine Grundstatur finden, auf der wir aufbauen können. Hm. Ja, ich meine, Sixpack habe ich wirklich, das ist sogar mein Ernst. Ich kann mal kurz, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Das war kein Tisch, aber... jedem ist seine. Ich meine, wenn, angedommen, ihr. Bei mir ist halt unter anderem auch, da sieht man schon ein bisschen mehr definiert, ähm, unter anderem auch wegen meiner Freundin. Ich meine, da würden wir ja immer gut in Form sein. Wobei, kann ich das nicht ein bisschen definiert, ähm, nicht selber einstellen? Zum Beispiel, mein, mein, mein Bauch ist schon einiges muskulär, also wie meine Brust. Kann ich das nicht... Schauen, ich will hier ins Detail ran. Okay. Na gut, dann gucken wir mal, wie wir das machen. Dünn bin ich auch nicht gerade. Dünn bin ich auch nicht so einstellen, wie ich das jetzt hier nicht so einstellen, wie ich das jetzt hier nicht so einstellen kann. Aber das stimmt schon, meine Brust ist nicht so breit. Auf meiner, mein Bauch eigentlich relativ. Sieht zwar jetzt sehr, sehr hässlich aus, aber was soll ich. So. Körper. Ja, mit dem Tor bin ich eigentlich ganz zufrieden. Na gut, dann haben wir auch hier rein. Ähm, was trage ich denn so als Alltag? Oh, ich habe meinen Namen noch gar nicht gemacht. Upsa. Christian. Was soll ich jetzt? Nein. Christian. Geil, Mann. Oder? Ja, doch. Nee, wir machen einfach Christian. Äh, Baummann? Nee, wir machen mal Christian. Oh Gott, das ist doch schwer. Oh Gott. Ähm, Christian, Christian. Begrüßt ihr, oh Gott. Berg. Bergmann? Soll ich... Gibt es nicht irgendeinen YouTuber, der so heißt? Bergmann. Ach komm, wir machen dann immer Bergmann. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt wirklich jemanden gibt, der so heißt. Ach, und selbstständig, ist doch egal. Aber ich könnte dann auch zufällig, Hupperts, sehr gut, Bauer, Lamperts, Müller, Rot, Niesen, Pauls, Braun, Breuer, Klee, Schwarz, Paulus, Krämer, Förster. Ach, die machen da irgendwelche Sachen. Christian Bach, Weißhau, Müller, Christian Müller. Ja, komm, wir geben Heiko ja auch schon ein. Ich weiß, ich weiß, wir machen Heiko auch schon zufällig. Ich mach die Augen zu, dreh mich um. Eins, zwei, drei, Stopp. Niesen, Heiko niesen. Nee, komm, nochmal. Eins, zwei, drei, Stopp. Heiko Schwarz. Selber angebrückt, Heiko. Selber eingebrückt. So, dann hauen wir rein, wa? Ähm, was trage ich denn? Ich sehe eigentlich auch relativ oft T-Shirts, allerdings eher ein bisschen so eng anliegende mit einem V, bestimmt. Ah, perfekt. Ja, doch. Ähm, gucken wir mal. Sonst kann ich jetzt noch irgendwelche Jacken drüberziehen oder so? Nee, entweder das oder das. Nee, dann bleib ich bei dem. Ich muss das noch ein bisschen optimieren. Ein bisschen und hier und doch noch ein bisschen. Sieht ein bisschen arg blöd aus. So, ähm, so. Hosen. Kombinationen, was gibt's da alles noch? Nee, nur irgendein Scheiß. Hosen trage ich eigentlich auch nicht so wie jeder. Ganz normale Jeans. Momentan trage ich gerade rote. Mit Hosen, muss ich ehrlich sagen, bin ich so ein bisschen so eine Art Judo-Swagger. Wobei man das ja auch selber definieren muss. Oberschenkel sind relativ breit, aber bei Weißgott nicht so. Also, eigentlich würde ich schon so machen, ne? Meine Wahnsinn. Ja, komm, wir machen mal braune Hosen, habe ich zwar auch. Können wir das schwarze machen? Ja, wir machen mal sie mal. Oh, nee, nee, da war sogar eine. Eigentlich sogar eine meiner Lieblingshosen. In so einem Ton. Aber passt da keineswegs zum Oberteil. Na gut, wir machen mal solche. Ähm, Schuhe. Was habe ich momentan für Schuhe? Ich habe solche komischen Bugatti-Schuhe. Oh, die waren runtergesetzt. Ich mag solche Schuhe eigentlich voll. Hm, die sehen eher so. Ja, doch eher so. Hat er so einen dunklen Blau? Ja, gibt's leider nicht. Ich ziehe in so einem dunkelblau. Ja, doch, ich glaube, es kommt am nächsten an die Schuhe hier hinten. Sollen hier oben, dann gibt's noch was. Soll das auch eher so etwas edlere Schuhe? Ähm. Kann ich da eine auf den machen? Kann ich? Nee, kann ich eigentlich nicht. Ja gut, dann nehmen wir halt die. Ähm. So, dann machen wir jetzt gleich mal noch die Accessoires. Machen kurz alle weg. Oh Gott, Ohrringe. Mach doch die scheiß Ohrringe weg. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt auf einmal Ohrringe habe. Wieso? Kann ich das mit Ohr? Oh, das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ich habe erst das ganze Aussehen gemacht. Na gut. Sorry, Leute. Habe ich jetzt komplett vergessen. Ähm, Haare. Ich habe eigentlich momentan so eine Art Heiko-Fursur. Allerdings hatte ich am Anfang diesen, diesen... Ach, die gibt's gar nicht. So eine Art Justin Bieber-Fursur, kann man sagen. Ich wurde eines dieses Mal Justin Bieber genannt. Und dann nie wieder, woran das wohl lag, ne? Na, die kriege ich wie Heiko vielleicht ein bisschen übertrieben. Und die hat halt ein bisschen... ...einen harten Scheitel. Ein bisschen harten Scheitel. Schwer, sowas. Ja, kommt sowas schon eher ran? Bevor ich beim Friseur wahrscheinlich schon. Ich lasse mal die hier. Och Gott, meine Haare. Wie sehen meine Haare aus? Ich hatte am Anfang wirklich, ähm... ...wirklich solche Haare eigentlich fast schon. Also eher... Also sehr, sehr hell. So eine Mischung zwischen den zwei. Und jetzt mittlerweile sind sie richtig, richtig dunkel. Also wahrscheinlich schon schwarz. Sowas vielleicht noch ein bisschen... ...geht's noch irgendwie? Ja, ich glaub, das ist eher meine Haarfarbe. Was... ...was eigentlich gar nicht wissen. Es gibt, ähm... ...könnt ihr mal googeln. Farbpigmentationsstörung. Geht da immer mal Google Bilder und gibt sowas ein. Ich hab hier, ähm... ...so gesehen dann jetzt hier so hoch. So eine kleine weiße Strähne. Wie man es hier eigentlich sogar schon sieht. Wie ist es? So eine kleine weiße Strähne. Es gibt auch Leute, die haben das dann hier so vorne so immer am Fell. Aber naja. Ich zum Glück nicht. Gesichtsbehaarung. Heiko könnte ich eigentlich auch eine geben. Ich mein... Heiko hat ja auch... Heiko hat Bartwuchs. Allerdings ist bei ihm sehr, sehr... ...blond. Weshalb ja... Ihr seht's ja selber. Weshalb man sowas nicht... Oh Gott! Weshalb man sowas eigentlich kaum sieht. Aber ich kann mal ein bisschen... Oh Gott, wie es dann aussieht. Er hat... Also er hat einen Bart. Ich hab mal auch einen gemacht, aber... Ich mein, das ist ja jetzt nicht das jetzige, sondern das junge Erwachsene. Noch so zwei, drei Jährchen. Ja, boah, ja eigentlich ein, zwei Jährchen, aber auch bis dahin. Ähm... Bin ich wirklich so braun? Naja, da kommt sowas schon eher hin. Ähm... Wo war ich denn jetzt? Gesichtsbehaarung, genau. Kann ich die noch irgendwie mit Farbe oder so einstellen? Würde ich jetzt Janik machen, weil da würde ich eigentlich sogar schon... Oder heftigste drei Tage Bart. Ah, sowas kann ich da noch nicht nehmen, aber... Junges Erwachsenes von Janik, schon sowas. Wobei man immer sagen muss, wie weit das entfernt ist, sag ich mal. Ja, an die Haare anpassen, ne? Sind die Haare denn so ein bisschen krank? So. Ähm... Das reicht eigentlich auch schon. Hüte, Accessoires möchte ich eigentlich entfernen. Ja, endlich. Hüte, ne? Accessoires. Ich trage ja eine Brille, wobei ich die Brille wahrscheinlich weglassen, ja. Ich meine, aber die Brille lasse ich weg. Ich werde gegen später sowieso dann Kontaktlinsen haben. Und von dem her... Ohrringe trage ich auch keine. Ketten habe ich auch nicht. Make-up trage ich persönlich. Eigentlich nur Rouge gibt es hier leider nicht. Tut mir leid. Ne. Ähm... Wir machen mal nochmal kurz die Klamotten. Ja, die Abendkleidung kommt schon... Kommt schon eher an das jetzige hin, würde ich sagen. Doch. Doch schon eher. Ne, die Abendkleidung ist natürlich eigentlich... Ein schönes Hemd. Nicht unbedingt so ein kariertes. War eigentlich auch nicht sowas. Willst du nicht nur andere Sachen? Na ja, vorher ganz viel gesehen. Filterfenster öffnen. Das war auch bei Party, war das so ein Hemd dabei. Hab ich doch irgendwo gesehen. Hier, versteck dich doch jetzt nicht. Hier. Ne, die sind gestreift. Ja, ich hab doch da so ein Hemd gesehen. Das hier? Ja, doch. Wobei ich jetzt meditieren musste, damit das nicht so passt. Dann schon eher... Ja, das ist halt gestreift, wa? Ah ne, hier gibt's ja auch Klare. Graue, aber ich trage meistens eher immer so grau aus. Wieso meine Scheiß-Obersteine sind wieder so fett? So. Ähm. Ach, das hab ich ja gar nicht gemacht. Hier, Abendkleidung, als das war's. Hab ich gar nicht dran gedacht. Ich hab jetzt noch... Momentan hab ich eigentlich zwei Armbinder. Aber an der anderen Hand. Kommst du da? Ne, Quatsch. Passt schon. Eins von meiner Freundin und eins von meiner... Das ist so blöd, aber eins von meiner Lehre. Ja, das kommt eigentlich... Schwarze kommt eigentlich am besten hin. Eins von meiner Lehre, ne? Eigentlich beide rechts. Ja, komm, ich kann beide nicht machen, wa? Obwohl, wenn ich das dann schwarz hätte, kommt, glaub ich, schon eher in meinen Sinn, ja. Ah, doch. So. Ähm. Was machen wir denn jetzt noch? Socken. Ja, eigentlich trage ich schon Socken. Momentan aber eigentlich immer noch schwarze Socken. So. Ähm. Ja. Passt Abendkleidung. Passt eigentlich auch bis auf die Hose. Bisschen dünnere und dann meistens auch immer so eine beige eigentlich. Wollte eigentlich schon mit schwarz reingehen. Meistens. Sportkleidung. Ich treib's aber eigentlich gar nicht kaum, aber ich hab früher immer dreier lange Fußball gespielt, bis ich dann unser Dorf gedacht hab, ach, machen wir uns so mit einem anderen Dorf zusammen und holen Lotter Mongos rein. Da war ich dann nicht mehr dabei. Eigentlich immer in so einer, in so einem Sport-Shirt, wenn's hier sowas so ein blau ist. Mal so ein, so ein, so ein, ah, sowas in der Art eigentlich immer. Wobei ich eigentlich, ah, ich kann eigentlich auch ein ganz normales T-Shirt nehmen, ist doch eigentlich egal. Wollte ich eigentlich gleich schon wieder sowas nehmen, aber das ist halt zum Sport ist halt nicht gut, nicht geeignet. Kann man auch drauf an, wie warm es ist. Ah, komm, ich lass mal so. Kannst du ja, naja, hochkommen, man kann nicht sein, hier ist halt eigentlich schon hochgekrempelt. Na gut, dann machen wir mal einfach mal in Red, Sport. Wir brauchen noch, obwohl, ah, es gibt auch nicht nur, stimmt ja. Ah, ne, Quatsch. Ich denke immer, da gibt's andere, aber. Hose, ja, ist ja nicht so eine ganz normale Sporthose. Halt. Sehen halt alle scheiß aus. Na gut, dann machen wir hier halt doch das blaue eher. Schuhe, ähm, gelb. Jetzt machen wir mal dann gelbe Sportschuhe. Und eigentlich immer schwarze Hose, eigentlich immer ganz, ganz schwarze Hose an. Wie sieht die aus? Ja, eigentlich habe ich immer auch ganz, ganz schwarze Hose an. So. Ja, doch, ich glaube, machen wir ja. Also kann ich es ja nicht machen. Na gut. Ähm, Schlafanzüge. Oh Gott, bitte lasst mich einmal so schlafen. Ne, war eigentlich immer eine Boxershort zur Zeit. Ich musste nicht nachgucken, nein. So, was schwarz-graues. Oberteil trage ich eigentlich nie beim Schlafen. Grundsätzlich nie. Ähm. Kann ich hier noch so ein bisschen größer? Also eigentlich nicht, dass ich mir, dass ich die Waren nicht größer machen kann. Na gut, ähm, Schuhe trage ich persönlich. Da teile ich Heikos Leidenschaft. Tragen wir eigentlich immer sowas? Nein, ich zeige sowas nicht. Mal nur meine Füße angucken. Ah, noch. Ein bisschen größer vielleicht noch. Ah, ein bisschen zu groß. So. Ne. Wenn ich Heiko sowas gebe, dann gebe ich mir sowas natürlich auch. Ist doch Ehrensache, Heiko, ne? Ehrensache. So. Oh. Oh. Damn. Damn. Was ist das denn? Was ist das denn? Party? Das ist aus die Kleidung. Was war das andere? Abendkleidung. Ja, zum Ausgehen. Da ziehe ich eigentlich das, was Heiko hat, ne? So, so. Eigentlich immer sowas. Und dann noch eine schöne Jeans. Ein bisschen eigentlich nicht total verratzt aussieht. Oder nicht sowas. Na gut, dann nehmen wir halt einfach sowas. Ein bisschen heller nicht. Nicht sowas. Ah, nicht sowas. Meine Schuhe, die passen auch noch. Wobei, ich ja sogar ausgeschuhen habe. Das ist eigentlich sowas. Ein bisschen schwärzer. Socken. Wie kann ich denn? Ich glaube, socken waren hier. Ach, die gibt's nicht. Boah, gut, gell. Socken müssen natürlich eigentlich immer, immer rein. Und dann natürlich mit welchen Socken aufzukreuzen wagt das ja nicht. Mein Armand habe ich ja nicht dauerhaft dran. Wobei das Armand ja dann eher sowas ist. Habe ich das hier auch dran? Ja, beim Schlafen nicht. Beim Sport eigentlich auch nicht. Ne. Achse zwar, es kommen alle weg. Ja, wieso? Ah, das kapiere ich nicht. Wieso gilt das denn alles? Ja, 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 ja. So, ja, 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 ja großes Gesicht, so. Meine Mutter hat früher gesagt, ich konnte früher nicht so schnell laufen wie meine Brüder, weil ich so einen großen Kopf hatte und ich konnte nie selber halten. Ah, witzig, gell? Ah, so ein breites vielleicht auch nicht wirklich. Die Augenbrand zum Beispiel, jetzt komme ich halt erst zum Gesicht. Ich habe sehr, sehr markante, buschige Augen. Nicht sowas. Ja, sowas vielleicht eher. Weil man da den Winkel bedenken muss und die dann schon so eher in dem Ja, die sind ein bisschen länger gezogen, schon. Ich glaube noch so 4, 5 cm, dann werden sie auch zusammen. Wie gesagt, sehr, sehr markante, buschige Augenbrauen. Ja doch, das kommt schon hin. So, so. So, meine Augen. Ich habe sehr, sehr große Augen. Also, was ist sehr, sehr große? Im Vergleich zu allkohol, größere Augen. Wobei ich eigentlich kaum Augenringe habe, obwohl ich echt lang, also eigentlich echt, ja, okay, ich schlafe eigentlich auch relativ lang. Ich meine, heute bin ich, okay, heute bin ich um, ich glaube um 9 aufgestanden. In den Ferien, Leute. Gibt euch das? Ich glaube, die kommen da schon am... Ne. Habe ich die eigentlich? Welcher hatte ich denn gerade eben? Hm. Vielleicht kann ich auch noch eine Folge machen, in dem meine Freundin die Augen macht. Ich habe mittlerweile... Ich hatte am Anfang wirklich sehr, sehr blaue Augen. Also eigentlich eher sogar... Okay, so extrem nicht, so extrem eher blau, aber schon sehr, sehr blaue Augen. Ich glaube, es war eher so ein bisschen dunkleres. Und mittlerweile sind die eher so so blau-grün. Dafür finde ich leider keine richtige Farbe. Ich finde es blöd, dass ich keine Palette machen kann. Grün sind sie auf keinen Fall. Eher so... Ah, okay, trifft es auch nicht. Obwohl, das trifft schon relativ gut. Die sind nicht grün, aber eigentlich sind sie blau. Hm. Das sieht scheiße aus. Die leuchten alle so stark. Boah, Gott im Himmel. Ja, bestimmt. Ich hatte teilweise sogar schon so helle... Also, hatte ich halt mal. Aber meine werden jetzt noch dunkler. Das heißt, eigentlich sind sie schon eher so grün-mäßig. So grün-blau. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Bitch. Doch, sowas. Machen wir mal die Augen. Ähm. So, die Nase. Wir müssen noch ein bisschen näher ran. Geht nicht. Eine relativ... Auch gar keine so lange Nase, aber eine relativ breite. So ungefähr. Ne. Ähm. Ja, ich würde gerne hier das Mittelteil auch ein bisschen breiter machen. Wie die Nasenflügel die ganze Zeit. Nehmen wir einfach irgendwelche hier. Und gucken mal. Ich habe auch eine ganz so riesen Zinken, der nach unten gewölbt ist. Sowas habe ich halt nicht. Kann das auch noch ein bisschen weiter... Ja. Ne. So eine Pummelige leider auch nicht. Ja, sowas eigentlich. Aber nur halt nicht so lang. Welche war das denn? Ne. Hier ist auch wieder die... Die Pummelige. So, alle. Nur nicht so lang. Ne. Fast auch nicht. Fast in alle war das nicht. Ich glaube die schon ganz... Ja, ne. Hat auch die... Aber wie gesagt eigentlich ein bisschen breiter. So. Na doch, ich glaube es kommt hin. Meine Lippen. Ich würde es jetzt nicht gerade als klein beschreiben. Aber jetzt auch nicht so extrem fettig. Also eher wenn dann in die Länge wie... Wie... Mit Fülle. Ah, sowas vielleicht noch ein bisschen länger, wenn es geht. Gott im Himmel, Alter. Bei solchen Sachen finde ich Merkmalen erst... Wie wichtig eigentlich jedes einzelne Merkmal ist. Ich meine, guckt euch jetzt das an. Oder hier oder sowas. Ganz andere Charakteristik wie sowas oder sowas. War schon heftig. Ah, ich glaube sowas vielleicht noch ein bisschen so. Farbe kann ich auch nicht ändern. Na gut. Gesichtsbehaarung überdenken. Hm. Ja, soll ich jetzt entscheiden, was ich mir dann schon baden mache? So, eine ganz sneakend drei Tage bad, oder? Hm. Doch, was anderes. Ich finde, da wird es wirklich immer so. Hm. Das im Prinzip ohne... Ja, genau sowas. Nein, da wird es doch der hier. Wobei wir den an die Haarfarbe anpassen können. Nee, kann man nicht. Aber die Haarfarbe freut mich. So ein bisschen Grauwas drin habe ich ja auch mit meiner... Pigmentationsstörung aber. Doch, freut mich. Ah, ich bin nicht ärgert, dass ich welche will. Ah, wir müssen da doch blaue Augen nehmen. Sehr schön, komm, meine Freundin wird mich umbringen. Will ich mich jetzt gerade erstellen. Wir müssen blaue Augen nehmen, tut mir leid, aber... Die sind momentan einfach noch mehr blau als... Grün. Ich habe eigentlich auch relativ große Ohren. Wasch mich nie hinter den Ohren, gell, Junge. Ho, hopp. So. Ja, ich glaube, das hat sich jetzt mal. Die Schuhe gefallen mir noch nicht so. Muss ich noch andere Schuhe nehmen. Gibt es die denn nicht in so blau-schwarz? Nee. Nee. Muss ich übernehmen, die es in so blau-schwarz tun gibt. Na, scheiße, gell. Ich muss eigentlich die nehmen in dem Ton. Das ist das einzige, was an die Bugatti-Jura ankommt. Na gut. Boah, das sieht kein bisschen aus wie ich. Woher eigentlich alles passt. Die haben ein relativ großes Kinn. Ich bringe das, glaube ich, noch ein bisschen raus. Ach, keine Ahnung. Wir machen einfach mal die Merkmale. Also, Beliebtheit. Äh, sind wir so eine Freundin, aber man schließen, Beziehung, Finanzen. Essen. Kreativ. Sportlich, Liebe. Wissen. Natur, Glück, Familie. Hm. Familie oder sportlich? Ich mach mal sportlich. Diese möchten trainieren und so stark werden wie nur möglich. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ähm, sind wir eigentlich einen großen, liebevollen Hause gründen? Sind es eine Familie, die im Leben erfolgreich ist? Doch. So. W-Li-Merkmal. Aktiv. Was ist denn aktiv? Nein, ich kann nicht sagen, können andere es uns in Fahrt bringen und womöglich einfach stimm... ...wirken womöglich verstimmend. Wenn ihr in einer gewissen Zeit nicht trainieren. Genie, oh man, selbst ich bin später kreativ. Jetzt komm schon. Kreativ eventuell noch. Aber... Hey, ma. Hier eigentlich nichts wirklich noch mantisch. Ah, kann man auch machen. Aber ich will eigentlich nur die Hauptmerkmale machen. Geek, Musik, Lied, Pub, Kunst, Bücher vom Genießer, Perfektionist. Ne. Kann man schon ein Geek machen. Foul, wieso geht Foul nicht? Shit. Dammit. Das ist eigentlich das Perfekte für mich. Scheiße. Aber es passt halt schon... Bei mir ist es auch immer so, ich stehe immer ein Konflikt mit dem Aktiven und dann mit dem Foul und... So schrecklich. Kindisch. Ja, so ein bisschen schon, oder? Wenn ich den Kinderkanal schauen... Ne, danke. Das ist dann doch nicht viel Fass. Ich kann schon relativ viel essen, das stimmt allerdings. Essen auch verdorbenes Essen. Materialistisch, kein Besitzthema, wunderbar. Ja, nicht so extrem, aber auch ein bisschen. Chaot. Ja. Ey, bin ich drümmig. Machen aus, als wäre ich schon schmutzig und können im Müll nach Nahrung suchen. Ja, das stimmt schon ein bisschen. Also ich bin schon ziemlich chaotisch, kann man schon sagen, doch. Ja, kann man das doch schon sagen. Ja. Ha. Wenn ihr jetzt mal Heiko anguckt. Heiko. Na, boah, ich muss Heiko noch nicht noch überarbeiten. Das kann ja, kann ja nicht sein. Der Heiko ist ja nicht so. Manchmal ist ja auch sein späteres Ich. Vielleicht entschließt Heiko sich noch ein bisschen was zu tun, ein bisschen zu trainieren. Ich kann den auch hier nicht so stehen lassen. Das ist ja der letzte Mongo. So. Ja, so kommt es schon hin. Stimmt's Heiko, ja, so kommt es hin. So. So. Doch. Meiner Meinung nach passt's. Ich bin noch im Übeling des hier. Erfolgreiche Abstammung. Hm. Was gibt's denn hier so. Meine große Liebe für das Leben. Z.B. Sie sollten sich im Getümmel stürzen und so viel, überhaupt mit einem allmöglichen. Achso. Glück. Hm. Das stimmt eigentlich schon. Ich bin jetzt im Konflikt zwischen dem. 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 Und natürlich dann etwas Kreativität. Bücher. Äh, nee, auch nicht. Essen. Beliebtheit. Was gibt's denn da? Hm. Nee. Nee. Da gehen wir dann doch von mir aus auf. Sportliches Spiel, dass es nur Bodybuilder gibt. Machen wir auch mal das. So. Das war's dann. Wir können noch unseren... unseren Haushalt jetzt speichern, ne? Ich hoffe, Janik ist schon nicht böse, aber er hat sich noch nicht gezeigt und ich möchte das ihm nicht Farb nehmen. Zwei mit... Opsa. Warte, ich hab's schon mal in die Tasche. Oah, Moment kurz. Mitglieder der LPBG. Mitglieder... Ach Gott, ich hab's schon. Das ist früh. Okay. Wir machen so. Let's... Play... WG. Mitglieder. Meiko und Christian. Best Bros for Life. So. Dann speichern wir die mal. Und dann bedanke ich mich hier ganz ehrlich für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.